Ein Follow. Was ist ein Torch? Eine Taschenlampe, oder? Ja, was soll ich denn jetzt hier lassen? Ich kann doch nix. Na, die Axt könnte ich da lassen. Oder ich fülle mal hoch und wir kommen gleich nochmal runter. Was ist das? Wir gehen mal hoch. Gucken, ob das klappt. Oh, schnell. Schnell. Das ist mir nochmal gut. Können wir hier was ins Boot legen? Ach, hör auf zu los. Boah. Leute. Also so, das Paddel bleibt hier. Die Axt. Das Ding. Das ist alles im Boot, was man hier... Oder ist das hier schon... Das ist der Tank vom Motor da, ne? Ja, das ist natürlich jetzt hier gerade ein bisschen ungünstig. Schwertfische gibt's auch, okay. Ja, das kreist ja hier, der Sack. Ich geh da nochmal rein, oder? Komm jetzt. Bisschen Abenteuer, Leute. Da kann der unten ja eh nicht rein. Ich hoffe, ich bin schnell genug jetzt. So. Paddel. Nee, da ist nichts mehr. Nehm. Nein. Luft sollst du nehmen. Ich hätte hier zum Arm. Nein. 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 Ich esse es nicht. Ah, fuck. Ich blute. Ich blute. Oh, schnell. Ah, verdammt. Ich bin voll. Das ist nicht mehr. Ach. Autsch. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Hab ich jetzt noch mal ne Sachen? Ach du zahlloses. Wie? Hast du mir gelutscht, oder was? Danke für dein Follow. Ich kann es nicht sehen. Ich seht ihr das eventuell bei euch. Ich würde mich mal interessieren. Hey, danke für dein Follow. Ich kann es leider nicht sehr lief. Ich würde mich so gern bedanken dafür. Aber ihr wisst, wer gemeint ist. So. Pass auf. Wollten wir jetzt noch mal zurück, oder nicht? Irgendwas fehlte. Was wir unbedingt brauchten. Aber wir können ja sowieso zurück. Hier den Kram erstmal abliefern. Den muss ich jetzt ja nicht mitnehmen. Da fällt nichts raus, oder? Wollen wir mal ein bisschen aufpassen. Oh, Leute. Ich pass mir genau an den Sperr und dann... Also eigentlich müsste man so einen Sperr mitnehmen. Das wäre jetzt in der Situation. Ich weiß natürlich auch nicht, ob man das dann noch schafft, überhaupt. Dass man rechtzeitig den noch greifen kann. Weil ich konnte eigentlich nichts machen, oder? Da will ich mal spielen. Bei dir geht kein Follow? Okay. Okay. Also woran das denn kann nicht so sein? Ich bin auch totaler Twitch-Anfänger. Ich bin ja schon froh, dass das bei euch anscheinend einigermaßen mit dem Bild ist. Das passt. Und läuft. Das ganze ist wohl auch schwerer, wenn man Sachen hier im Boot, so wie wir jetzt geladen haben. Aber im Moment ist unser Gummiburg noch keine. Ich peile auch bis am Strand und auch am Strand entlang. So. Ja, so ein bisschen was habe ich doch abgekriegt, ne? Ich glaube, auf den Schreck sollten wir erstmal eine Kokosnuss essen. Aber... Ich mache das Paddel hier. Das andere Paddel, das packe ich gleich mal zur Seite. Und... Den Kram jetzt auch erstmal. So. Vielleicht sollte man auch die Nacht abwarten. Vielleicht... Ist toll noch. Ähm... Achso, die mit der Machete hätte ich nie auch bekämpfen können, ne? Ich würde auch immer die Lampe ausprobieren. Ne? Lade hier. Ist das eine Frau? Die Taschlampe brauche ich jetzt auch nicht. Ähm... Was wir aber brauchen, ist die... Den Hammer auch nicht. Weil hier ist die Axt gelassen. Das ist doch ein Boot, oder? Stimmt, mit diesen... Die Steine zerkloppen, dann hat man... Eine... Ich vergesse mal mit der Machete nicht auf. Ja. Geht es aber schneller. So, ich trinke jetzt mal einen Schluck auf den Schreck. Schön. Warme Milch. Wenn ich nicht für Wasser sage. Aber ich kann nicht trinken. Ist doch nichts mehr drin. Oder habe ich... Ich könnte was brauchen. Ich guck mal. Ich glaube, ist das Salzwasser, ne? Ist die jetzt da, oder was? Das wäre doof. Na gut, trinken kannst du noch mit den Kokosnüssen. So. Ich habe da hier gerade doch eine rumfliegen gesehen, ne? Ich kann natürlich auch Speer machen und ein paar rohe Fische essen. Der braucht echt Auge und Steine. Ach, lecker. Oh, ja. Sorry. Ich wollte jetzt die Hälften hier. Ach, so am Abend. Eine ganze Kokosnuss. Das ist sowas. Na, essen könnte er noch was vertragen. Das ist auch nicht zu viel, ne? Ich glaube, wir gehen gleich schlafen. Ich wusste auch. Ich weiß auch nicht, ob das Arbeiten dann, ob das kontraproduktiv ist. Das würde ich immer mal fällen. Was meinst du denn? Die ist doch auch nicht hier. Aber die ging nicht, ne? Oder? Ach so. Dafür sind wir noch nie einmal. Ja, den Sauerstoff, den habe ich verloren. Das stimmt. Mit dem Heilkampf. Aber der war leer. Ich habe dadurch auch nichts mehr rausgekippt, da in Luft. So müssen wir halt dann sehen. Na gut, man kann ja so auch noch genug, äh, einmal mehr auftauchen, ne? Ja, ist das blöd. Aber wir gucken, wie es zu machen. Aber der Tipp war echt gut mit den... Mit dem... Blubberer Blasen. Hat sich ja schon auf jeden Fall gelohnt. Man muss aber auch aufpassen wegen der Hitze. Oh, ich geh weg. Komm, du Arme. Ich mach mal ein Feuer. Wir haben jetzt keine mehr. Für den Feuerraum war, glaub ich, 8, ne? Mal los. Ja, wie ist denn sonst bei euch so eine Bildqualität und so? Alles in Ordnung, Ton passt und... Also ruhig meckern, ne? Also ich... Kann da gerne mal alles rumprobieren. So, was ist denn unser Bett? Hier. Okay. So. Geht's denn jetzt ein bisschen besser? Ne. Warum? Hm. Ähm... Ohne irgendwie dann eine Bandage oder so? Was ich verbinden kann? Na, Hunger ist auch mehr. Keine Ahnung, was machen wir? Ähm... Ich könnte einen rohen Krebs essen, aber... Ich könnte einen rohen Krebs essen, aber... Wollen wir hier echt noch mal so eine blöde Kuckers noch fürs Essen? Hilf dir noch nix, ne? Ich packe das mal wieder zurück. Den Stein auch. Hm... Die Stecks kommt noch da. So. Mit dem Stein kommt hier mit rüber. Ich kann ja mal einen spittern. Nix. Jetzt. Cool, cool. So, jetzt wollen wir einen... Kann ich beide mitnehmen. Will nicht vergessen, was die dann hier liegen. Nein! Hm. Kann ich ja nicht dran sein, wenn du das... Wo brauche ich dafür Werkzeug? Ne. Doch, hier. Sperr. Okay. Wissen! Da. Äh... Was meint ihr einen rohen Fisch? Wo das... Ist das gut oder nicht so? Ich guck mal rein kriegen. Fisch, wo bist du? Wenn's nicht grad ne Hai ist. Ich guck mal. Hey. Man wird ja schon ein bisschen ängstlich, ne? Ich guck die Fische, die kann man eigentlich ganz gut sehen. Das ist ja kein Fisch. Da. Das ist ja kein Fisch. Da. Find ich nicht noch, ne? Da. Lecker verdient. Da ist noch ne. Da. Da habt ihr grad die Blasen da gesehen? Na, ja. Gute ich oder gut er? Ich? Oh. Wie spät? Oh je. Ich würd mal gucken, wo die Blasen sind. Jetzt bin ich ja noch neugierig. Aber... Ich sollte das nicht tun, ne? Blut und so. Und Heile und... Was ist das nicht? Eine geile Grafik. Jetzt mal echt ohne Scheiß. Und bei euch ist es ja so nicht mal voll aufgedreht. Ah ja, mehr Fische brauch ich ja eigentlich nicht, ne? Ich bin grad so ehrgeizig. Jetzt... Kopfschmerzen. Ja, schade, dass wir nicht genug Steine haben für so nen Grillplatz. Der kann ja auch nicht roh essen, oder? Da. Oh ne. Ich trau mich grad nicht. Woi. Ich trinke einfach nen Schluck. Mal kurz drüber nachdenken. Ob ich den jetzt wirklich so... Mein Sushi ist ja auch... So. Was soll ich jetzt mal im Seug reinbeißen? Ja, sechs Steine ist schon noch herausfordernd. Ich glaub wir haben jetzt grad mal... Was haben wir denn? Einen, oder? Ich renne ja nicht an den Fisch rum. Ich denke nochmal drüber nach, ob ich ihn esse. Aber ich hab echt Hunger. Ja. Und ähm... Ich glaub ich komm nicht drum herum. Und schon wieder Kokosnuss. Kartoffeln. Ah, jetzt hab ich ihn aus Versehen gegessen. Bah. Das... Hörte sich verdammt. Ah, dann. Kartoffeln. Warte. Oh. Da wirst man aber auch... Oh, Kartoffeln kommt auch nicht so gut, oder? Boah, ich hab immer noch Hunger. Ah. Ah, lecker war es nicht. Das war noch... Rodefluss. Ja, wie es... Über welche Flamme? Wir haben gar keine mehr. Doch. Wie? Bis ein Gong? Wie bei einer Mikrowelle? Weil ich mich ja dann nicht... Wie soll denn das da reinhalten? Da müsste ich ja schon... Ähm... 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 Dass ich dann gar bin, weißt du? Ist das so? Ist das reingehalten? Oder müsste ich jetzt noch einen fangen und den aufspießen? Ich probier mal. Ja, aber die Kartoffeln weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich alle aufgegessen. Jetzt... Wie ich die noch anpflanzen kann, ist eine gute Frage. Was ich vielleicht mal testen soll. Aber... Ich habe keine mehr. Alles aufgegessen. Oder? Ne, ist leer. Ja. Aber dafür, guck mal, ne? Geht schon ein bisschen bergauf. Und meine Fleischwunde, die ist, äh... Ja... Ist zwar noch offen, aber... Ich glaube, wir bluten so langsam aus. Weil jetzt hat er schon wieder... Ja. Und... Der binkt nicht hier, der Fisch. Vielleicht ist das nur so ein Blinker. Ja. Na komm. Komm den auch noch. Aber irgendwie... Soll ich mich nochmal hinlegen? You can only sleep at night. Äh... Wir müssen den Ausflug wagen. Jungs und Mädels. Ich nehme meinen Fisch hier mit. Oder ich fange nochmal einen Fisch für den Weg. Und... Dann... Gehen wir auf Re... Ich wollte schon längst raus sein, ne? Habe ich nicht vorhin schon. Tschüss. Ich würde auch gerne nochmal den Text ändern. Warte mal, das probiere ich mal ganz kurz. Wenn ihr eine Pause braucht, würde ich mal schreien. So, ich guck mal kurz, ob ich hier... Das Spiel nochmal ändern kann. Mach doch nicht. Hm. Ja, aber ich kann's dann nicht direkt in die Flamme halten. Das ist ja das... Also ich habe ja nicht so einen langen... Weißt du? So... Ich kann ja nicht ausstrecken, dass ihr das doch macht. Was der Heine. Ich weiß auch nicht, ob wir den jetzt fertig machen sollten. Aber ich... Ne, ich glaub nicht. Weil guck mal, ich hab nur noch einen. Ne, wenn der mich einmal noch hapst, dann bin ich futsch. Dann war's das. Dann ist das für eine Expedition. Okay, ich geh auch mal eben, ähm, was trinken. Und, ähm, wir machen dann keine Pause. Das war nicht ganz gut. Ähm, ich starte das Ding hier mal neu, ne? Nicht wundern, der Stream, der stoppt dann gleich mal. Ähm, einfach deswegen, weil das irgendwie irgendwas stimmt hat. Ja? Okay. Dann... Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.